Wo jeder auch weg seine kleinen eigenen Räume graben kann. Und was das Ausstatten angeht, wir dann immer gemeinsam los. Ja, ich volle keine Bock drauf. Ich habe drei gestern so lauter Kisten rausbekommen. Spielst du auf PvP? Nein, Kev, ich spiele auf PvE, weil ich mir das hier angucken will. Ich kann noch gar nicht auf PvP, habe ich eben festgestellt. Mir hat nämlich das Game direkt von Anfang an gesagt, ja, du musst noch ein paar Stunden spielen, dass du überhaupt auch PvP machen kannst. Aber solche Games, weil ich mir das halt wirklich nur immer wieder angucken will, wie der Entwicklerstatus ist, zocke ich auf PvE, dass ich meine Ruhe habe und nicht irgendwie drauf achten muss. In jeder Ecke kann mich einer killen und ich bin dann abgefuckt, weil ich keine Eindrücke mitnehmen kann. Was für euch auf jeden Fall immer wieder sein kann, ist, ich habe hier Dropped Frames. Immer bei diesem Spiel habe ich Dropped Frames, dass der Stream mal kurz nachlädt, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob er nachlädt oder abfricht. Ist auf jeden Fall nicht abgebrochen, geht auf jeden Fall weiter. Ja, Kev, wie gesagt, ich kriege hier immer eine Nachricht, so von wegen, wenn du PvP machen willst, du brauchst einen Legendary Status, du bist kurz davor, die Stunden erreicht zu haben, dann kannst du PvP machen. Weil ich wollte mir eigentlich diese neue Karte angucken und selbst für diese neue Karte auf dem PvE-Server, diese Pine Drop oder Pine Drop oder wie das heißt, brauche ich den Legendary Status und dafür brauche ich massig Stunden. Ich habe jetzt nichts verstanden, weil ich aktualisieren musste. Könntest du das nochmal wiederholen? Der Stream Puffer bei mir noch so ein bisschen. Kann ich mitspielen oder spielst du nicht mehr lange? Kev, so ein bisschen bin ich noch unterwegs. Ich werde mal gucken, noch so ein paar Ortschaften mir anzugucken, wegen den Strukturen und so weiter. Kannst gerne mal reinkommen. Wann ich das Spiel wechsle, kann ich nicht sagen. Wenn es aber öfters mal droppt, die Frames, dann werde ich definitiv wechseln. Saku, ich habe gesagt, ich wäre auf jeden Fall dabei, wenn wir da die Leute zusammenbekommen und hätte ich voll Bock drauf mit den Leuten, wo man auch schon mal mitgespielt hat oder sich unterhalten hat, irgendwie zusammen so einen Bunker zu finden, woraus jeder seinen eigenen Raum noch zusätzlich graben kann und zu mehreren Leuten oben diesen Bunker abzusichern. Mit mehreren Mauern, Spikes und so weiter und so weiter. Da habe ich bisher nur gute Erfahrungen mitgemacht. Das funktioniert auch recht gut. Wir sind dazu sechs Leute in einem Bunker drin, haben öfters mal sieben, acht, neun Öfen, also Vorschussrennen und diese Kreicheäulen, die verrecken einfach. Wenn man die Spikes genau platziert und so, da hätte ich voll keine Bock drauf, dass man sich auch gegenseitig unterstützen kann, pushen kann, was Loot angeht, was Aufbau angeht und so weiter und so weiter. Ist das so ein Waldmap oder so? Diese Pine Drop ist eine Waldmap beziehungsweise eine grünen Map und die will ich mir unbedingt mal angucken. Strawford City. Warum kann hier oben einer bauen und hier sind fliegende Strukturen, wenn hier schon... Muss ich nicht verstehen. Das muss ich nicht verstehen, aber gut. Ach guck mal, hier ist ein Beet. Karotten kann ich absahmen. Ich hab Karotten geklaut. Strawford City. Bin ich mal gespannt, was sich hier getan hat, weil ich mich so von oben angucke. Ja, ein bisschen was kann es. Ich weiß nicht, ob die Welt einfach weiter geht oder ob das einfach nur eine neue Map ist. Das will ich halt rausfinden. Ich würde einfach gerne mal die neue Map mir angucken auf einen anderen Server. Brauche dafür aber diese Stunden und ich weiß nicht, wie viele ich habe. Ich weiß nicht, wo man das sieht. Ja, allein ist definitiv doof. Wie gesagt, also, wenn die Leute da zusammen sind, ich weiß nicht, wie es mit Ron und den anderen ist, ich bin am Start. Ron sagte immer, ja, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen. Ja. Dann ist wieder untergegangen. Denn mein letzter Stand ist gewesen, ja, Eisbier und so weiter, haben wir jetzt auch wieder Zeit. Wir machen das jetzt. Ne? War an einem Mittwoch. Dann könnten wir Freitag oder Samstag losziehen, meinte er. Ja. Und seitdem kam nichts mehr. Da habe ich schon nie gehofft, dass mit Eisbier Quatsch. Keine Ahnung, was Ron erzählt hat. Ähm. Eisbier ist noch gar nicht am Start. Ich weiß nicht, ob er euch gefragt hatte. Nämlich auch so, letzter Stand der Dinge, dass er euch schon angesprochen hätte. Und, ja. Ich bin auf jeden Fall KEF auf, was war das? PVE 9, Europ 9. Falls ihr das was bringt, jetzt vom Status her. Mit dem I drücken, da muss ich mich anfreunden mit. Das ist nämlich echt. Ich kenne das nur auf Tab. Also da haben sie beim Wickeln doch schon einiges wieder dran getan. Eine Motel ist da vorne. Nice one. Erstmal hast du eine voll lange Wüste und dann auf einmal taucht so eine City auf. So ein kleines Vieh-Eck mit so ein paar Hochhäusern. Auch total komisch gemacht. Aber gut. PVE 009 Europa. Ja. Wenn du Tab drückst, siehst du mich ja. Musst du meinen Namen sehen. Oh, da sind schon wieder Dropped Frames gewesen. Wie gesagt, nicht wundern, wenn das mal buffert oder sonstiges. Stream geht auf jeden Fall weiter. Bloß bei diesem Game, ich weiß nicht, ich habe bei diesem Game damals schon immer Dropped Frames gehabt. Und ich habe keine Ahnung, warum, weshalb. Ob das Game so nachlegt, dass es Dropped Frames verursacht oder nicht. Ich weiß es nicht. Oh, da hat dir gerade einer In-Game geröbst, gelabert. Hallo? Kann man überhaupt In-Game labern? Irgendwie ging das In-Game labern. Ich weiß aber nicht, wie. Schade, dass man in die Tankstelle nicht rein kann. Auch so ein bisschen H1-Z1-Feeling hier. Neo, Kingkopf, Superpoof, Liar, Yasumi. Chocolate Bar. Auf der einen Seite kann ich sagen, es gefällt mir doch ziemlich gut hier mit den Ortschaften. Auf der anderen Seite denke ich mir doch, es ist sehr weitläufig. Ja gut, Basen und so weiter. Ja, komm, man hat es mir eine gegeben. Jetzt kann ich aber mal ausprobieren, ob das hier was heilt. Lenizillin. Use Medical. Ja! Menizillin. Auf jeden Fall das, was halt da oben steht, einer. Ich gehe mal kurz hier durch, vielleicht finden wir noch ein bisschen Muni. Waffen sind hier auf jeden Fall eine Menge, aber, ah doch hier, Shotgun-Shails, Shotgun-Shails, da ich ja momentan mit der Shotgun rumrenne. Joa. Nicht liegen lassen, nicht liegen lassen. Salt Pack. Heavy Flashlight, noch eine Knarre. Noch sehe ich dich nicht, Kev. Eine mega Garage, direkt am Haus. Jawohl. Warum nicht? Zum Apokalypse, musst du auch damit rechnen, dass du dir ein Panzer kaufst. Hat immer noch nichts gedroppt, ey, die Zombies droppen bei mir nichts. Du bist am Join, okay, alles klar. Baking Soda. Works a load. Noch eine Knarre. Einen Liter Wasserflasche. Moment. Noch eine Eraser. Cool wäre, wenn da Schüsse drin sind, ich noch rausnehmen könnte. Shotgun-Shails. kann man sogar nach oben, sehe ich gerade. Ah, hier mit Dachfenstern. Noch eine Saber Wolf, nochmal Shotgun-Shails. Jawohl. Was hat man denn da? Planen für eine Krizen-Shank. Vieles kann ich schon, aber ab und zu habe ich noch Glück und finde eine Schematik, die ich noch erlernen kann. Linicillin. Jawohl. Sehr gut. Mal gucken, wie sieht es aus. Ja, Zombie-mäßig sieht es aus. Ja. 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 Ich habe dich gesehen. Auch nichts gedroppt. Da habe ich echtes Pech gehoortet oder ich weiß es nicht. Jetzt einfach mal durch die Ortschaft. Essen und so weiter haben wir ja genug dabei. Kann uns nichts passieren. Guck mal da, in Group Invite. Kev, ich habe dir in Group Invite geschickt. Ich weiß nicht, ob wir uns dann auf der Karte sehen oder so, aber pff. Einfach mal gemacht. Keine Ahnung, wie man das annimmt. Drück mal auf Tab und dann auf meinen Namen, ob du das vielleicht so annehmen kannst. Für mich ist das System mit den Gruppen neu. Also, pff. Garden Carrots. Scrap Metal, okay. Dann kann ich auch schon die Garden Carrots. So, Bananen. Oh Gott, das habe ich gedroppt. Egal. So, die auch gedroppt. Jo, wir sind jetzt in der Gruppe, Kev. Crafted 9mm Bullets. Ich weiß gar nicht, ob man sich auf der Karte irgendwie sieht oder I don't know. Purification Tablets. Damit kann man auf jeden Fall Clean Water herstellen, wenn man ein dreckiges Wasser findet. Geht's auch nach oben. Kleber, Carrots, Survival Knife. Cold Syrup. Da ging's nach unten. Eine Wassermelone ist halt auf jeden Fall, also gibt die auch zu trinken zurück. Rusted Bolts. Rusted Bolts. Garden Frame. Kann ich den Garden Frame denn schon? Kann ich auch schon. Ja, pass auf. Dann droppen wir die gesamten Chips. Wenn wir schon genug Essen da haben, dann brauchen wir eigentlich auch noch die beschissenen Chips da mitzunehmen. Red Cola. Roß Fleisch. Was ist das da oben? Keine Ahnung. Irgendeine Knarre. Ach, warte, die habe ich eben schon gehabt. Chocolate Ball lassen wir auch liegen. Scheiß der Hund drauf. F4 für Group Shed. Okay. Eine Oats Bar. Ich bin auf jeden Fall in Storford City. Kev. Falls ihr jetzt was sagt, ich habe keine Ahnung. Eine Carrot. Die können wir erst decken. Da haben wir schon ein paar von so leckeren Karottensaft. Wäre geil, wenn man das machen könnte. Dirty Water. Hier das zum Beispiel. Pass auf. Kann ich jetzt irgendwie die Purification Tablet nehmen? Hier Purify. Zack. Haben wir direkt das gecleannte Water und haben direkt zwei mehr Platz. Nice one. Clean Water. Ein Liter. Können wir direkt mitnehmen. So, dann gehen wir mal in den Stadtkern. Stadtkern ein bisschen gucken. Okay. Bananas. Ist das ein Spiel oder ein Zombie? Ein Zombie. Nochmal Bananas. Oats Bar. Alter, mein Stream kackt ab. 4.502 Dropped Frames. Was ist denn das? Dein Feuerwerk geballert? Ich will mich jetzt erschrocken, ey. Oh, CPU-Auslastung. Ach komm, jetzt hängt auch das noch an, ey. Marisha geht total in die Knie. Keine Ahnung, ey. Deshalb habe ich bei Heinz-Talens auch gehabt das Problem. Es nervt. Es nervt total. Und Fireworks. Ich konnte mir erst mal den. mich jetzt mal interessieren, hat einer auf mich geschossen oder hat er einer Feuerwerk abgefeuert? Metal Pipes. Hier bei den Hochhäusern ist ziemlich krass gerade Framedrop auch. Bin gerade wieder ein bisschen angespannt. Man kann die City übrigens reinigen, wenn man eine große Gruppe hat. 100% Zombies kiddet, dann kann man irgendwie die Quest annehmen, dass man diesen Generator hier in Schwung bringt und so weiter und so weiter. Wie das aber genau funktioniert, habe ich keine Ahnung. Man kann diese Cities reinigen und dann praktisch als Safe Point claimen, sage ich mal. Ich würde das sagen, ich höre doch irgendwo noch einen Zombie. hier. Ich gehe mal gut. Das ist das ist das Hier hat ein Stahldraht aufgestellt. Okay. Kann man nicht rein. Schade. Nicht in alle Gebäude kann man rein. Auf jeden Fall hier mit den Barrikaden wieder. So vertrieben, ich weiß es nicht. Hier sind diese komischen Spikes. Also auch so Heinz-Z1-Like irgendwie. Wow. Krasse fette Satellitenschlüssel erstmal hier aufgestellt. Zeitungsautomaten, also ein bisschen ja doch, haben sie schon richtig was getan hier. Sammies haben ja auch noch nichts gedroppt bei mir. Was ist das hier? B&B. B&D. Was steht da? Building and Deliverment. Ist das da etwa eine Police Station da vorne? Da rennen auf jeden Fall einige. Äh, lol. Alter, wer bist du? Hat Zombies am Arsch, würde ich sagen. Dautet mal. Mach'isch. Aber mir geht es aber auch. Das ist das daa frontal. Myślę, dass ich ungefähr das ist. Untertitelung des ZDF, 2020